Dass dieser Ehrgeiz und dieser Wille da ist, um erfolgreich zu sein und gewinnen zu wollen, das konnte man, glaube ich, schon sehen. Ich war sehr, sehr mutig, weil ich einfach so oft versagt hatte, dass Scheitern für mich kein Problem war. Je glücklicher man ist, glaube ich, mit dem, was man macht, umso erfolgreicher ist man auch. Die Grundlage von einem zufriedenen Leben, und das, glaube ich, wenn man das als Erfolg definiert, dann sind das Beziehungen. Geld ist eine Energie. Ich finde, Geld kommt schon, auch im Beruf. Da hat es richtig angefangen, dann wirklich auf das Geld zu kommen. Das ist der erste Impuls, den du hast, um etwas in Aktion zu bringen. Dann kann ich sagen, ich hatte ein glückliches und zufriedenes Leben. Das ist das, glaube ich. Das ist das, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020